Ausgerechnet in einer Show, in der thematisiert wurde, wie gefährlich wilde Tiere sein können, entstanden diese Aufnahmen. In Moskau nähert sich eine Moderatorin der Bärin von der Seite, was das Tier offensichtlich als Bedrohung empfindet. Die Bärin fährt die Pranke aus und verfängt sich im Kleid der Moderatorin, woraufhin diese stürzt und hart auf dem Boden aufschlägt. Man hört die Halterin des Bären sagen, ich habe sie gewarnt, kommen sie dem Tier nicht zu nahe. Später erfuhren die Zuschauer, um das Tier unter Kontrolle zu halten, wurde es während der Show durchgehend mit Süßigkeiten gefüttert. Nichts hätte das Thema Gefährlichkeit von Wildtieren mehr verdeutlichen können als dieser Vorfall. Wilde Tiere bleiben unberechenbar, auch wenn man sie in bunte Kleider steckt. So, wie man sie quasi untertitelt haben.